ab 3 MMMM Witcher 3 Wild Hunt, meine lieben Freunde. Und wir sind natürlich noch auf der Suche nach Hurensohn Junior. Und dann werden wir jetzt mal zu diesem Steppen, Steppen, Stuppen. Der hat uns ja setzt mal in diese komische Arena. Der hat uns ja sozusagen ja er hat gemerkt, dass wir die Jagen und in die Arena verbannt. Verbannt? Naja, also wir müssen dann in die Arena kämpfen. Mensch! Wortfindungsprobleme mal wieder. Aber egal. Wir sind Geralt von Riva. Und wir machen alles blatt, was uns in den Weg steht. Was uns in den Weg stellt. Was wir es halt gerne möchtet. Ja. Bin ich kaputt. Du bist kaputt, das ist schön. Kaputt. Ach ja, es ist schon ein etwas weiterer Weg dorthin. Das ist aber trotzdem eine Uppsala. Eine schöne Stadt. Also ich muss auch sagen, dass The Witcher 3 mir nicht langweilig wird. Ich glaube nach 100, wie viel Parts, 70 Parts oder so, 120 Parts, wie viel ich jetzt hab. Hätte ich ein anderes Spiel schon lang gesagt. Gut, ich pausier mal, aber hier ist echt so ein Spaß dran. Macht mir echt übelst die Laune, das Spiel. Obwohl ich jetzt auch schon ein bisschen schneller geworden bin, gerade jetzt. Ich bin jetzt schnell reißen und sowas, und dass ich ein bisschen vorankomme. Was? Da hin so was. Mann von Hacker. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Dass der Schwanzlutscher nicht hier ist. Da wachsen wir doch eher Zähne im Arsch, als das Hurensohn sich in seinem Haus versteckt. Und hier unten. Hier ist nichts Interessantes. Aber wir sollten die Leichen verbrennen. Sonst kommen die Ratten zu den Zwergern. Und die Zwergern. Die haben noch nicht. Die haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Du? Klar doch, schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Ich will das mal hier alles aufheben. Ja genau, machen wir mal Licht an. Dann sehen wir ja nichts. Na komm. Hm. Da war gerade was. Dann macht man das ja wenigstens. Ach ne, der Streit. Ich bin schon so drauf ein bisschen. Nette Klingen hast du da. Oh, hier wurde auf jeden Fall aufgereimt. Gut, der sagt bestimmt, wir sollen hier noch was suchen. Habt gemacht, aber wir müssen, ähm... Ja, sprechen wir mal den Zwerg hier an. Dem, ähm... Eigentlich ist hier, eigentlich müssen wir den hier ansprechen, weil, äh... Weil, wenn wir den hier ansprechen, dann wird's auf jeden Fall sehr gut. Oh man, das Navi ist scheiße. Nehmen wir mal den Mann von Hacker. Komm, wir nehmen mal den Mann von Hacker. Scheiße. Hacker will, dass wir dieses Drecksloch durchsuchen. Also suche ich. Ach, ja. Ach, Räuwens Kumpel, nicht wahr? Ich hab von dir gehört. Ich suche Junior. Äh, willkommen im Club der Hurensohnjäger. Leider sind die Mitgliederausweise gerade ausgegangen. Und bei Junior hast du auch kein Glück. Der ist nicht da. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein. Hast du hier das Sagen? Was geht dich das an? Blutiges Chaos. Ist irgendwie passiert. Bin ganz höflich hier erschienen, um Hurensohn Junior zu einem Treffen mit Kumpeln einzuladen. War aber schnell klar, dass hier niemand was auf die Tradition der Gastfreundschaft gibt. Ich schau mich mal um. Ich hab dich im Auge. Ich habe schon von dir gehört, Weißhaar. Wir haben gemacht das hier. Ich will den Sack da unten auch noch haben. Ich will den Sack haben. Ich will den Sack haben, das gehst du gar nicht. Ich will den Sack haben. Egal. Komm. So. Wir holen uns hier mal um. Hier wurden ja einiges an roten Gegenständen. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Kannst du mal sehen. Hier ist alles sauber geschobbt worden. Das war's schon. Geht's noch ein Stockwerk hoch? Okay. 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 Die Zwerge sind wohl nicht gut zu sprechen auf Hurensohn Junior. Na komm. Warum krieg ich denn die ganze Scheiße? Das geht mal um den Sack. Naja. Und buff. Komm dir da hin, krieg ich es auch jetzt. Komm schon. Boah, leider, ey, das kann doch nicht sein. Ich tritt bestimmt ein Strohhal. Ist wohl sehr schön, ne? So. Kann man denn hier irgendwas? Alles Tote. In der Linie ist es wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Wurde gerade sagen, wenn man nicht auf die Falle treten, wollte ich gerade sagen, aber habe ich dann doch. Ich habe es nicht getan. Boah, sind die fies, die Arschlöcher, ey. Wo ist das schon? Die besten alle mal weghacken. Die Zwerge. Mei, mei, mei. In der Mine ist wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Ich habe zu tun, komm weh. Okay, dann gehen wir mal ins K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K- frische fisch ich habe hier wird nur drum so guck mal wo wir dann diese scheiße unsere juni erfinden ich denke mal wir finden das bestimmt erst dann mit dekstra oder mit dikst tira oder wie das reden sie sich erst mit inventar müssten wir mal wieder was verkauft ja wir müssten mal wieder was verkaufen weißer schau mal hier drüben war der friseur der friseur die ganze zeit gesucht ich würde mich mal wieder ummitteln lassen abgeschlossen wenn ich das gefällt mir aber mit einer figur um zu laufen wenigstens das ist kein friseur hier da geht es das ist ja dieser besoffene der besoffene so der hätte das ist das gleiche wie vorher kann doch selbst bestehende frisur naja gut egal aber das sieht wirklich so ein bisschen anders mal aus das ist immer wieder aus wie so wie man kennt so wie man kennt Haferlängerung dran und los geht's ich will doch gar nichts läuft doch hier bloß rummann was willst du hier eigentlich was hier jeder will bisschen spielen mich amüsieren nur gelabene gäste kumpel pech gehabt vielleicht können wir uns einigen hörst du schon wieder nein können wir nicht wie viel hey denkt dran was ich dir gesagt habe wir sollen höflich sein mir geht nur langsam die geduld aus wir wollen dein geld nicht wir wollen auch sonst nichts jetzt verschwinde bevor wir richtig wütend werden und gar nicht mehr höflich sind da kannst du nicht rein ich glaube ihr lasst mich sofort rein aber natürlich bitte und du wünscht mir glück viel glück an den tischen komischer vogel wer ist das ich bin jeden Tag hier und habe ihn noch nie gesehen so in Ordnung ist es ein Notfall falls das erste bricht sehr Casino spiel was willst du hm störe mich bitte nicht was soll ich was soll ich alle oben ein wort von dir und ich bring dich nach oben wir müssen nach oben nach oben nach oben hoffentlich muss ich jetzt nicht quinn spielen und so ein scheiß gute karten heute ein Mutant was zum Teufel hat ein Hexer hier zu suchen siehst du hier etwa Ertrunkene oder andere Scheißlinge heute Abend jage ich keine Monster ich suche den Besitzer dieses Etablissements ah gestern hat jemand nach ihm gefragt wer weiß ich nicht sie haben ihm den Schädel zertrümmert bevor ich ihn richtig sehen konnte schwimmt jetzt bei den Fischen Hurensohn war schon immer empfindlich aber das das geht zu weit ich muss mit dem Besitzer sprechen weißt du wo ich ihn finde hab keinen Schimmer aber warte kurz meine Herren dieser Kerl hier möchte den Besitzer sprechen weiß einer von euch wo Junior ist mhm hast du schon die Hose voll um Stinger ihn dreiß ihn von hinten an jetzt du stirbst es ist noch nicht zu wichtig zu ergeben ja komm mal uiuiuiuiui Na super. Klappt, dann macht der Hexer Schlaf. Wurde aber schon gerne. Die Leute durchsuchen. Da komm ich ja. Zack, 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 zack. So, noch mehr oder kann ich jetzt hier mal einsammeln? Danke. So. Danke. Ich freu mich gerade, ob hier irgendwas ist. Na, Brennmattel. Hä, wo gehst du denn hin? Ne, der schockt euch doch selber. Versuch's doch, du Schwanz! Hohohohohoho Dich soll's nicht umsehen. Dich haben sie ja halb totgeschlagen. Hey, hörst du mich? das würde mal das hier weg lebst du noch bring mich nicht um habe ich nicht vor wer zum teufel bist du hab unten schreie gehört jetzt ist alles gut hilfst du mir du bist nicht schwer verletzt lass uns zuerst reden warum bist du hier wonach sieht es denn aus zum sitzen und trinken natürlich also gut schlau und hart funktioniert nicht sie halten mich für einen von bettlamms maulwürfen bist du einer nun irgendwie schon und was hast du irgendwie ausgefunden hurensohn arbeitet mit den redaniern zusammen ich weiß nichts genaueres aber er steht auf ihrer seite das ist alles was ich weiß ich glaub dir kein wort ich hab dir alles gesagt schwörs du wirst noch etwas länger bleiben müssen nein bitte überlegst dir noch mal es ist noch nicht zu spät hörst du auch man hast du deine meinung geändert ich guck mich erst mal in der andere bauen ich hab du wirst noch etwas nein bitte überlegst du ich guck mich erst mal noch mal um nicht dass hier noch jemand ist der hier der hier noch den irgendwie töten kann wir haben die ganze bar ausgeräumt da hinten ist noch was der hat verkauft ich bin mir um wo ja natürlich das scheitern zwischen uns so Die Stimme freilassen. So. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Okay. Jetzt müssen wir noch zu Dijkstra gehen, oder wie der heißt. Und quaken. Die Stimme noch recht vor der Tür. Scheiße, da hat nicht passiert ja nichts. Was ist mit dir? Mann von Horensohn. Mal kurz drohen. Okay, liebe Leute, da würde ich sagen, haben wir verhältlich schon wieder den Part beendet, mein Sch... Ging ja wieder schnell. Haben eine neue Frisur, haben hier das Casino ein bisschen aufgeräumt und das nächste Mal gehen wir zu Dijkstra und sprechen oder Dijkstra und sprechen über Horensohn. Verbindungen da, keine Ahnung, was da drin steht, recht. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Mal, bis dahin, ciao.